Das folgende Video wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Moin zusammen, ja gerade vom LKW geplumpst quasi und schon bei mir hier im Q-Check das Model Y von Tesla. Da haben alle drauf gewartet, zurzeit noch nicht aus Grünheide hier bei Berlin, sondern aus Shanghai, aus China. Aber das stört uns ja nicht. Das Ding wird jetzt gecheckt und dazu habe ich natürlich der größte Feind jedes Teslas dabei, meine Spaltmaßlehren. Und ja, lasst uns das Fahrzeug angucken. Ich zeige euch da noch ein paar Features des Model Y, wo es sich vom Model 3 unterscheidet. Und ja, vielleicht können wir auch mal hinten reingucken, wie das mit zwei Kindersitzen aussieht, ob dann noch jemand in der Mitte sitzen kann. Wir werden es sehen. Ja, wie immer habe ich das Fahrzeug vorab schon mal in Ruhe gestellt. Da müsst ihr jetzt ja nicht immer dabei sein. Das hat ja viele gelangweilt, also erzähle ich jetzt euch nur das Ergebnis des Fahrzeuges. Und wir fangen an hier. Das Model Y hat ringsherum so ein genanntes Cladding, also wie so ein Steinschlagschutz, was man bei SUVs gerne macht. Und da sieht man schon, das ist nur verclipst und nicht verklebt. Das heißt, es ist in diesen Bereichen so gar nicht richtig anliegend. Und das sieht man gerade hier im oberen Bereich. Hier ist auch noch ein bisschen Wasser dazwischen. Wenn ich randrücke, dann kommt da tatsächlich auch so ein bisschen Wasser wieder raus. Das hat er ringsherum bei jedem einzelnen Cladding. Und ja, dafür habe ich dann eine Kategorie 3 gegeben. Das ist ein Fehlerpunkt, weil es einfach nicht für die Preiskategorie schön ist. Ihr kennt inzwischen den Schuppigenaufbau. Das heißt, dass der vordere Kurflügel steht etwas über der vorderen Tür. Die vordere Tür steht etwas über der hinteren Tür. Und die hintere Tür sollte etwas über dem hinteren Seitenteil stehen. Das verhindert Windgeräusche an den Stößen, hier jeweils und hier jeweils. Und sorgt dafür, dass zum Beispiel auch Schmutz oder Schmutzwasser hier nicht zu sehen ist. Ist hier nicht ganz gut gelungen. In diesem Bereich steht die Tür deutlich unter dem Seitenteil. Dazu habe ich immer die Karte, die ich dann hier gerne ranlege. Und da sieht man dann auch oben, dass ich einen deutlichen Abstand habe von der Tür zum Seitenteil. Das sind genau 1,6 Millimeter. Auch wenn das jetzt hier gerade so ein bisschen vom Schuppigenaufbau nicht ideal ist. Was man wirklich sagen muss, ist, dass Tesla die Spaltmaße in Längsrichtung hier, hier und hier ziemlich akkurat und exakt ausgeführt hat. Da gibt es gar nichts zu mekeln. Das kenne ich aus Model 3 US-Versionen ganz anders. Das ist richtig gut gelungen. Und auch hier hinten haben wir das Thema Kledding nochmal. Das seht ihr jetzt hier nochmal wieder. Das ist das, was ich sagte. Da oben ist auch das Wasser dazwischen dann. So, beim nächsten Punkt. Das ist an der Heckschürze hier. Da weiß ich gar nicht, ob das... Ja, also man sieht hier, man guckt hier sauber im Verlauf. Der Rückleuchte drauf und hier unten geht die Heckschürze dann auseinander. Ich kann das jetzt hier reindrücken und dann sieht es gut aus. Aber er kommt halt immer wieder raus und hat somit hier einen deutlichen Vorstand. Den habe ich hier auch aufgeschrieben. Das sind 1,2 Millimeter, die es hier vorne raussteht. Über dem Rücklicht. Und den habe ich hier auch aufgeschrieben. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingssthema, der Königsfuge. Die ist hier sehr ausgeprägt beim Model Y. Geht von hier oben von der Kante bis runter in den Stoßfänger. Und natürlich auf der anderen Seite auch von hier aus runter. Und wenn ihr jetzt schon ein bisschen geschultes Auge habt, dann seht ihr, dass es hier auf der Seite etwas schmaler ist als auf der Seite. In Zahlen ausgedrückt haben wir hier einen Unterschied. Links sind es 4,5 Millimeter und auf der rechten Seite sind es 3,5 Millimeter. Hier bei der Königsfuge 1 Millimeter Diskrepanz und somit auch ein Kategorie 2. Den nächsten Punkt haben wir auch noch im Bereich des Heckdeckels. Das ist die Fuge von den inneren Rückleuchten zum Heckdeckel an der Stelle hier. Hier haben wir etwa 1,7 Millimeter Fuge. Und auf der anderen Seite hier haben wir 0,6 nur. Also auch über einen Millimeter Unterschied an dieser Fuge von links zu rechts. Und das fällt auch auf, wenn man dann hinter dem Auto steht und mal genauer hinguckt. Das sieht man dann leider auch. Im Bereich der Ladeklappe, und das haben wir auf der rechten Seite, wo keine Ladeklappe ist, nämlich gar nicht, haben wir hier einen spaltförmigen Verlauf. Von hier hinten 3,5 Millimeter hier oben auf 1,2 in diesem Bereich. Da haben wir auch ein anderes Model Y gesehen in der Übergabe oben. Das hat ja genau das gleiche Thema. Das ist, als wenn diese ganze Ladeklappe im Prinzip so verschoben ist. Die müsste eigentlich ein bisschen runtergekippt werden, gedreht werden. Dann passt es auch hier wieder ein bisschen besser und auch hier ein bisschen besser. Das heißt, die ist in sich ein bisschen verdreht. Und dadurch wird dann hier der Spalt ein bisschen eng, der ist ein bisschen auf und erzeugt genau dieses Bild. So, ja, den schuppigen Aufbau habe ich euch ja schon erklärt. Wie gesagt, auch hier sind die senkrechten Spaltmaße vorne, Mitte und hinten wirklich gut ausgeführt. Und der schuppige Aufbau ist auf der linken Seite komplett vorhanden, aber sie haben es etwas übertrieben. Und zwar, wenn ich mir den Aufbau von hier nach da angucke und hier auch wieder mit meiner Karte rangehe, dann sieht man tatsächlich, also das sind fast 2 Millimeter, die die Tür jetzt übersteht oben. Und das sind dann wirklich zu viel des Guten. Also ich sage immer, 1 Millimeter ist das, was ich im Idealzustand hier sehen möchte. Also 0 bis 1 Millimeter. 2 Millimeter ist dann doch etwas so viel. Das sieht man auch. Man guckt hier richtig auf die Türkante rauf und das geht definitiv besser in der Ausführung. So, das war es im Prinzip auch schon von außen. Jetzt kommen wir an die Klappen. Ja, Tesla-typisch wenig Dichtgummis vorhanden. Was mir aufgefallen ist, zum Beispiel hier eine kleine unschöne Ausführung. Und zwar haben wir das Dichtgummi hier, was hier unten auch schon so eine Tasche bildet und ein bisschen wellig hier ausgeführt ist. Das ist einfach nicht unschön, sage ich einfach mal. Es gibt auch in Kategorie 3 so einen Fehlerpunkt hier an der Stelle, weil es einfach unschön aussieht für ein 60.000 Euro Auto. So, ja, den nächsten Punkt, den haben wir hier im Bereich der Türverkleidung. Und zwar liegt die hier unten in dem Bereich überhaupt gar nicht an. Es bildet sich also hier von hier oben. Wenn man hier oben lang guckt, ist alles gut, liegt schön an. Und im unteren Bereich, dann macht es hier unten richtig auf. Ich versuche das gerade mal mit dem Handy hier auszuleuchten, dass man es sieht. Da passen nämlich dann tatsächlich zwei Millimeter rein. So, und dann haben wir noch einen Punkt, und zwar hier vorne im Bereich der Türverkleidung. Hier haben wir unten auch einen Spalt über einen Millimeter. Ich habe hier 1,1 Millimeter. Die bekomme ich hier nämlich locker unten rein. Und die steht hier auch deutlicher ab, auch hier in diesem Bereich. Ich kann das so randrücken, das seht ihr. Ich kann es aber wirklich, es steht immer wieder ab. Und dann kriege ich auch immer wieder meine 1,1 Millimeter da rein. So, und der letzte Punkt, den ich jetzt noch habe. Der Innenraum ist tatsächlich richtig clean, richtig sauber. Aber das ist der Minimalismus von Tesla. Der erlaubt quasi auch nahezu keine Fehler. Es ist hier die C-Sollenverkleidung, auch nur auf der rechten Seite zum Dachhimmel. Und ich habe hier 1,5 Millimeter. Und die passen dann hier wirklich mal eben locker rein. So, bevor wir jetzt zum Ergebnis des Kuh-Checks an sich kommen, möchte ich nochmal die großen Unterschiede vom Model Y gegenüber dem Model 3 zeigen. Das ist natürlich in erster Linie die riesengroße Kofferraumklappe, die hier bis fast unter die Decke öffnet. Das passt natürlich. Natürlich viel besser nutzbar, als sie bei einem Model 3 ist. Ihr seht einen riesen Raum jetzt hier unter der Abdeckung. Hier passt sogar noch eine Kühlbox, wie ihr seht. Noch die Ladekabel. Also da ist richtig viel Platz drin. Und zum Beladen für Familien ist das natürlich hier alles super, super ausgeführt. Hier hinten haben wir dann noch zwei Taster zum automatisierten Umklappen der beiden Rücksitze jeweils. Auch das ist natürlich eine ganz klasse Situation für Eltern, die mal eben auch mal was Großes einladen wollen. Denn hiermit könnt ihr sogar zu Ikea fahren und euch ein Billi-Regal holen. Das geht wahrscheinlich mit dem Model 3 auch, aber hiermit geht es leichter. Und automatische Heckklappe müsst ihr euch nicht nachrüsten lassen. Die hat es schon. Ja, viele von euch haben sich gefragt, ist denn im Model Y hinten auf der Rücksitzbank mehr Platz als im Model 3? Und das muss ich leider verneinen. Also wie ihr seht, ich habe hier zwei Kindersitze. Das sind keine vollwertigen Kindersitze, sondern diese Erhöhung mit Isofix befestigt. Und ich sitze hier echt eng und ich bin jetzt hier nicht der Größte. Ihr wisst das, 1,75 groß und 70 Kilo schwer. Und ich sitze hier echt, also ich muss mich hier ganz schön rauspulen gleich. Also da würde ich sagen, ist nicht wirklich viel mehr Luft. Ich stehe jetzt mal auf und die Kamera zeigt dann einfach nochmal den Platz, der dann zwischen mir war, wo ich jetzt eben gesessen habe. Das seht ihr, da ist jetzt nicht wirklich viel Raum, den man nutzen kann für jemanden, der dann ein bisschen breiter ist. Ist das zum Beispiel nicht annehmbar. So, im vorderen Bereich hat sich hingegen zum Model 3 gar nichts getan. Was natürlich mit dem Facelift kam, das heißt, da wo auch der Chromdelete kam, ist, dass die Holzmaserung hier mit in die Tür übergeht. Beides hier mit Schliff in Längsrichtung. Das hat das Model Y natürlich auch. Ansonsten kennt ihr natürlich den großen Tablet hier, der die ganze Bedienung des Autos dann vollzieht mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten, die ihr habt. Da hat sich, wie gesagt, gar nichts geändert. Hier können wir mal eben gucken. Der Uli fährt hier das Fahrzeug. So, oh Gott, hier seht ihr, jetzt ist hier erstmal volle Pulle hier. Machen wir erstmal aus, damit ich hier in Ruhe mit euch reden kann. Ja, ansonsten tiefe Ablagen hier vorne in der Mitte, das fällt auf. Also auch die Möglichkeit jetzt hier des Schließens, das ist total super umgesetzt inzwischen. Also das, was die ersten Model 3s hatten, so ein bisschen, das ist hier gar nicht mehr zu finden. Auch hier eine große Ablage in der Mittelkonsole, in der Armablage. Und nach wie vor habt ihr hier auch die Zugriffskarte, die ihr hier einmalig einmal oben drauflegen müsst, damit das Fahrzeug überhaupt auch starten möchte. Und eine Sache, die ist besonders geil, was es vorher nur als kleinen Aufkleber, nämlich im Zubehör gab, das hat Tesla jetzt serienmäßig umgesetzt. Und das ist hier vorne genau dieser Hinweis, dass dort der Türöffner ist. Wenn alles so einfach wäre, oder? So, finally gucken wir uns vorne nochmal eben den Frunk an, aber da werdet ihr gleich sehen, hat sie auch nicht viel getan. So. Und dann gucken wir uns den Frunk jetzt mal an vom Model Y. Ja, im Prinzip ist die Größe bekannt. Das ist ähnlich wie beim Model 3. Hier ist natürlich mein Mäppchen drin, hätte ich fast gesagt. Anders als beim Model 3, wo das Fähnchen übrigens, hier das Fähnchen zum Trennen der Hochvoltssicherung bei einem Unfall, der Hinweis für die Feuerwehr, das ist beim Model 3 auf der anderen Seite, befindet sich hier doch ein recht großer Frunk vorne drin. Ich meine, es ist vielleicht sogar ein bisschen tiefer als das, was wir vom Model 3 her kennen. Hier von Tesla nochmal der Abschlepphaken, sowie die Tasche mit dem Warndreieck. Und ansonsten jede Menge Platz für Ladekabel und anderen Gerümpel. So, und damit sind wir eigentlich schon beim Fazit. Ich habe euch jetzt mal eben aufgezeigt, die Fehler, die ich gefunden habe. Ich habe euch gezeigt, wo die Unterschiede eigentlich zum Model 3 sind, hauptsächlich im Heckbereich. Und jetzt kommen wir mal zur Auswertung. Also, Model Y im Kuh-Check. Ich habe gehabt die Kategorie 1, natürlich kein einziges Mal. Das ist bisher nur ein einziges Mal vorgekommen beim Corsa-E, sonst noch gar nicht. Wir haben aber in der Kategorie 2 schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Themen. 7 Kategorie 2 Themen sind 35 Punkte. Dann kommen 3 Kategorie 3, also kleinere Sachen dazu. Das sind 3 Punkte, macht in Summe 38 Punkte. Das heißt, in der Liste der Fahrzeuge landet das Model Y punktgleich mit dem Hyundai Ioniq. Bei 38 Punkten, noch vor dem Corsa-E, eben erwähnt, das einzige Fahrzeug, das bisher ein Kategorie 1 Thema hatte. Ja, und ich hoffe, euch hat an dieser Stelle der kleine Einblick in das Model Y, der kleine Kuh-Check hier gefallen. und gebt mir gerne den Daumen hoch, teilt das Video gerne. Und wenn ihr den Daumen runter gebt, dann möchte ich es bitte in den Kommentaren lesen, warum. Wir haben heute sogar Licht dabei gehabt. Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sollen nur Dinge da ausbauen können. Oh, dafür bin ich zu doof, ne? Alles mit ins Video. Hör auf. Scheiß auch Ticks. Ich gebe es auf. Ich kriege es echt nicht. Wie bleiben Sie denn? Ich gehe es noch. Ja, ich gehe es euch nicht. Ich gehe es gleich. Ich gehe es euch nicht. Wombard ist doch alles. Vielen Dank.